Heute sind wir hier in Halbisdorf im Waldbad und wir testen unsere neue 600er Turbine. Die 600er ist eine besonders starke und kräftige Turbine, die wir haben, also das stärkste Modell, was wir haben. Wir fangen ja an mit 160 Kubikmeter die Stunde, dann haben wir 215 und 275 Kubikmeter die Stunde bei unseren Gegenstromanlagen und dann gibt es ja noch die Doppelsysteme, wo man dann jeweils zwei dieser kleineren Turbinen zusammenfasst zu einer größeren Anlage. Und die 600er sticht da jetzt heraus, weil die halt noch mal viel mehr Leistung bringt als die kleineren. Also 600 Kubikmeter pro Stunde mit einer Turbine. Konzipiert haben wir sie mal für Leistungsschwimmer im Prinzip. Die französische Nationalmannschaft im Schwimmen hat auch so ein Gerät von uns und macht da ihr Techniktraining mit. Aber da man ja alle unsere Turbinen auch runterregeln kann, kann die auch jeder Normalschwimmer, sage ich mal so, benutzen.